Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und damit, ja, es gibt einen neuen Gutschein-Code und der hat es auf jeden Fall in sich. Ja, hier sehen wir einmal den Gutschein-Code, wir können auch direkt mal reingehen ins Game und uns hier einmal die Belohnungen anschauen. Wir haben 3000 Diamanten, 10 Schriftrollen, 10 Fraktionsschriftrollen und 10 Stern-Deutungskarten. Also wenn das nicht ein fetter Code ist, dann weiß ich auch nicht, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was ich so rausbekomme und oha, geil, nice, ich habe meine Talene rausbezogen. Das ist jetzt der zweite Pull, den ich gemacht habe, nachdem ich meinen letzten Helden hier gezogen habe. Dann schauen wir mal, ob ich hier noch eventuell was ziehe und oha, nice, Daimon und Silas habe ich noch bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal, ja, sehr, sehr nice, es sind auf jeden Fall zwei starke Helden und gut, hier gehen wir nochmal rein in die Reißerhelden, denn für die brauche ich gerade Futterhelden. Und wir haben auch nochmal Anoki gezogen und mir fällt gerade auf, ich habe so viele Diamanten, ich kann hier nochmal in den Stern-Deutungsraum reingehen und ja, nochmal meine 5000 Diamanten hier lassen. Und was, ich bekomme Talene direkt nochmal, okay, krass, das habe ich noch nie gehabt, dass ich zwei Mann in Helden hintereinander gezogen habe, beziehungsweise aus vier Stern-Deutungspuls drei Mann in Helden, das habe ich in meinem Leben noch nie gehabt und das ist einfach nur richtig krasses Luck. Und okay, das ist auf jeden Fall nice und ja, das war es dann aber auf jeden Fall zu dem Video, sollte nur ein kleines Infovideo sein. Es gibt auf jeden Fall den Code und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, macht's gut und ciao. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.